ja mo mo leute euer zero hier und herzlich willkommen zu einem kleinen ankündigungsvideo denn staffel 2 von the escapist staffelt staffelt startet am mittwoch und heute geht es darum dass wir gucken wie viele leute haben platz und wer von euch möchte mitmachen so wir gucken als allererstes mal zack das ist das gefängnis was wir diesmal anscheinend machen vorher waren wir bei centerperks 2.0 diesmal sind wir bei sugarcreek railroad ich habe keine ahnung wie man das ausspricht tut mir leid wenn es falsch ist da geht es am mittwoch hin und wir gucken jetzt mal nach wie das ganze aussieht wir haben 1 2 3 4 5 6 7 8 leute dieses mal nur zu vergeben beim letzten mal hatten wir um die ich glaube 30 oder so diesmal sind es nur 8 das heißt nur 8 von euch können dieses mal mitmachen wie das ganze funktioniert schreibt einfach eure namen unten hin eigentlich normalerweise macht man das mit hashtag insass hashtag werter aber anscheinend haben wir hier nur werter so wie es aussieht oder ranger oder passanten ich weiß nicht was ganz genau das ist aber es sieht mir eher aus wie ranger das heißt lasst mir eure namen da und mit ein bisschen glück seid ihr ab mittwoch dabei das ganze ist einfach nur euer name im let's play mehr ist das nicht und wenn ihr bock drauf habt wie gesagt schreibt es in die kommentare ich bin gespannt wer alles dabei sein wird am mittwoch und am mittwoch um 14 Uhr geht es los mittwoch 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 willst du das noch sagen naja freunde wir sehen uns dann später kommt noch ein zweites info video für etwas anderes seid gespannt was da kommt haut rein euer zero tschüss